Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und wie es im Titel ist, meine Campus Ausrüstung, auch meine Perchenausrüstung. Fangen wir mal an mit meiner alten Maske. So sieht die aus, die guten Stücke hier. Die verkaufe ich, also schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr sie wollt. So, also kommen wir jetzt zu meiner neuen Maske, die habe ich mir heute geholt. Heute? So, so sieht sie aus. 500 Euro mit LED-Augen. Ich schalte sie mal ein. Zack. So, jetzt müssen sie an sein. Und ja, das waren meine zwei Masken. Eigentlich habe ich noch mehr, aber die andere habe ich schon verkauft. Das ist die Birok. Dann gehen wir weiter zur Glocke. Ich halte die Kastenglocke. Ihr seht ihr sie. Hat ordentlich krach. Und ja, hat auch nicht so viel gekostet. So, jetzt kommen wir mal zu meinem Fell. Also das ist meine Fellhose. Haben wir aus der Steiermark. Warte. Und später, weil ich euch alles vorgestellt habe, ziehe ich mich mal aus. So, kommen wir weiter zu meinem Oberteil. Und dann rein. Hier. So sieht es aus. So. Ich zahle natürlich auch Schuhe. Und das sind die hier. Und ja, jetzt zeige ich euch, was man so unter der Ausrüstung trägt. Also ich trage Skiunterwäsche, dieses Leibchen hier und warte kurz, ich hole was. Und, wo ist das? Ah, hier. Und eine Skiunterwäsche. Müsste eigentlich jeder kennen. Und ja, ich habe auch noch Krallenhandschuhe. Das habe ich von einer meiner Pärchengruppe. Ich liebe diese Handschuhe. Wenn du dieses Video siehst, Florian, René und Daniel, vielleicht ist es. Hier sind die Handschuhe. Tja. Also, dann ziehe ich mich mal um. So, Leute, ich komme gleich. Warte. So sieht es aus, wenn ich die Skihose trage. Und ja, ich schlucke mich einmal kurz in meine Pfeilhose. Dauert gar nicht so lange. Ich muss ja nehmen nur ein bisschen Übung. Dann passt es. Wenn das jemand von anderen Pärchengruppen sieht. Es ist mein Style, wie ich trage, halb wie ich laufe. Es muss nicht euch gefallen, sondern wir. So, jetzt stehe ich hier noch. Ach, egal. Ich bin hier im Haus. Brauche ich jetzt keine Schuhe. Okay. Okay. Natürlich muss ich hier auch zu machen. Sonst rutscht mir ja die Hose runter. Das wäre blöd. So. Warten. Jetzt nehme ich noch mein Oberteil an.